also scheint zu trocknen eher als nachzulaufen also gehen wir gerade mal noch eine ebene eigentlich remove das da brauche ich pause nicht die treppen entfernen nein nicht treppen entfernen sondern weiter runter bitte Gott wie tief ist der Equifier so würde ich das nicht im boden brauchte nämlich nicht aber ja es sieht so aus als ob das trocknen würde also nicht die treppen entfernen aus ich drücke immer die falsche taste ist da auch immer noch wasser ok langsam nervt es mich ich so gucken wir noch eine ebene tiefer hier trocknet langsam alles wieder hier fühlt sich alles wieder mit wasser hier hier ist auch immer hier ist auch immer noch wasser drunter ok hier fällt sich das wasser schneller hier ist auch immer wieder Zwerge, die keinen Bock mehr haben. Die haben immer noch. Das nervt mir langsam. Also es ist schön, dass wir verschiedene Erdschichten entdecken, allerdings wäre es auch mal schön, wieder eine Erdschicht zu entdecken, die uns nicht ersäuft. Hmm. Hmm. Oh. Hydrahydrid. Was sagt denn so mein... Äh, labor, stone use. Bin ich das zufällig hier irgendwo? Sebum Kupfererz. Ui. Meint das mal. Ach, hier ist... Okay, ich sehe gerade, ab hier ist ja gar nichts mehr. Okay. Und dann macht man diese Ader hier erstmal weg. Schön. Ah, wir sind endlich mal im Business. Ja. 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 Wir haben eine Ader gefunden, die aus Silber und Kupfer besteht. Ja. 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 Sehr schön. Oh, Stukus wirft ein Tantrum. Auch gut. Das ist echt eine verdammt ergiebige Erzader, ey. Oh, ein Dämpfstone. Das heißt, wir sind gar nicht mal so weit weg von dem Aquifier. Ja, wie ich zuerst vermutet habe. Oh Gott, ist das eine riesige Erzader, ey. Silber, meine Zwerge, Silber, wir haben Silber entdeckt. Das geht immer noch weiter mit der Ader, ey. Oh, Arme und Weapon haben wir uns auf einmal geheiratet. Ich habe Tiger-Eye. Okay. 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 Also was hier von diesem Zeug ist, ey. Ich habe Tiger-Eye. Ich habe Tiger-Eye. Amen. Ah, hier ist Tiger-Ei. Okay. Langsam aber sicher. Drückt das Wasser doch hier rein. Ah, da haben wir eine Lücke übersehen. Und diese A, da nimmt kein Ende, Leute. Da oben geht es noch weiter mit der Ader. Da tache, hier oben geht es noch mal weiter mit der Ader. Da oben geht es noch mal weiter mit der Ader. Da oben geht es noch weiter mit der Ader. Okay. Das finde ich... Achso, der Stuckos hat den Farmer gedötet. Ganz toll. Stuckos, wo Zeile bist du? Ähm, X-Bow... Stuckos. Kilds. Ich weiß, ich kann Leute irgendwie... Genau, X-Bow. So, Stuckos, du bist verbannt. Gott, guckt euch das ganze Blut hier an. He was outraged after being expert. Lebe wohl, Stuckos. Da geht Stuckos, da hin. Unser verbanter, einsamer Zwerg. Verlässt uns. Lebe wohl, Stuckos. Wie sieht es hier unten aus? Äh, mittlerweile nicht so gut. Ich glaube, wir machen hier dicht. Komm. Komm. Ein Leibstone, bitte. Da bildet sich jetzt eine natürliche Kaverne hier unten. So, wie wir hier gegraben haben. Gut, ich würde aber sagen, es ist mal wieder an der Zeit zu speichern. Diese Mappe... Also diese... Diese Welt, diese Spore wird von Mal zu Mal interessanter. Also... Es garanzieren so viele komische Dinge. Ich habe so das Gefühl, dass das auch an dem alten Safe liegt. Dass das sich mit der neuesten Version beißt. Aber sicher bin ich mir nicht. Gut. Erstmal gibt es hier wieder einen Cut. Und dann sehen wir nächste Folge weiter, wie wir weitermachen. Also... Bis dann. Bis dann. Ja.